Wie hart ist ein riesen Föhnsturm, am 5. oder 6. Oktober 2021, ein Wahnsinnsturm. Wir werden hier in die Mörtelkübeleckung 65 Liter, unser Pärditz-Erdgemisch und ein Pärditz, gegen Wasser getauchten Tierschlorbeeren jetzt hineinsetzen. Jetzt in die Mörtelkübeleckung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017